Pestdoktor, ach hier, ich hab doch hier Brotfeder, weißt du? Dir wollte ich grad was geben Lass du jetzt Ähm, so, Sanitarium Das wahrscheinlich werd ich auch nochmal heilen, gucki Hä? Achso Das ist natürlich Quatsch Curious Methodologies and Apparatus Wer kann das denn nicht Toll, ist irgendwie doof Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch einen zweiten Ah, das ist mir schlecht Was hab ich denn hier noch bei der Kutsche Ein suchenden Unhold Stress essen Verbraucht Nahrung, wenn Stress über 50 Aha Ah, halt Stresshinderung im Bordell Booty Booty, Booty der Unhold Nice Aber wir müssen ja kurz nen Screenshot machen Äh, Rocket Beans und so, ne? Wer das schaut Weiß, warum ich lachen musste vielleicht Nochmal Stress essen, weil ich mich verarschen Und noch ein Pestdoktor Ach, das Stress essen gefällt mir gar nicht Gefällt mir gar nicht Was hat denn er dafür dick heute? Ich muss 10% Abwehr Nehme ich den wahrscheinlich doch mal mit, irgendwie Irgendwie eine Kurzbeschreibung, was die können, wär ganz geil Der hatte ja, what Wir Fähigkeiten hatten der Der hat 6 Kampffähigkeiten What? Das find ich jetzt krass Modus wechseln Bestie, achso Andere Helden, Stress plus 8, Asbestie selbst Modus wechseln Menschen, wie das viel geschieht 5 LP heilen, andere Helden, Stresshinderung plus 1, okay Fernkampf, Rezession Fesseln, Schaden, Betäuben Fernkampf, Rezession, Schaden Okay, das ist glaube ich Das ist sowas wie ein Werwolf? Selbst Stressländerung plus 8, 4 LP heilen Alter, einfach nur, weil ich das geil finde, diese Idee Nehme ich den mit Kann ich ja hier nochmal Henry Komm Knufi spielt das hier noch mit Einfach nur, weil er jetzt reingekommen ist, hat er jetzt Pech Ich spiel's hier mit, ob er wollte oder nicht Und Socktool Wenn das X stumm ist Sonst kann man's nämlich irgendwie nicht aussprechen Du bist unsere Bestie, Socktool Kann man die nicht aussprechen, das passt dann, denke ich Lagerfähigkeiten Vorbereitung 4 Kämpfe Stress wird um 20 erhöht Abscheuliches Blut Gegen Gifthauch Gegen Bluten Gegen Krankheit Stress, Schaden 4 Kämpfe Krass So, soll ich wahrscheinlich nochmal einen einfachen Run machen Mit irgendwie 1, 2 von meinen Leuten, die ich noch hab Oh Gott, der ist ein Fox Muss auf jeden Fall irgendwas noch machen Alter, der ist auf 96 Bei 100 geht's ja los, dann haben wir ein Problem Kommt, du darfst mal vögeln, weil du so viel hast Ich sag mal ein extra, wenn ich war nie hier Ahahaha Sehr gut So, aufbrechen Ja, ja, Lehrling Stufe 1, genau das musst du eigentlich machen Labyrinth So, ja So, ihn will ich mitnehmen Dann nehm ich wahrscheinlich Knuffi noch mit Und Zocktool Guck mal her Die Gläubigen tolerieren meinesgleichen nicht Oh Oh krass In Unhold darf nicht mit In der Westhalen, also in so einer Heiligen zusammen spielen Wow Übel Das ändert bisschen was Kann ich den hier auch auf den zweiten Platz packen Stresslinderung Da kann ich auch auf den zweiten Platz packen Kann ich Zocktool gar nicht mitnehmen Was hat der hier Da muss er da sein Da muss er halt hinten sein zum heilen Warte, dann machen wir nicht Ich nehme Kuppi mit Kriegt ja noch ein bisschen Erfahrung Und steigt noch eine Stufe auf Hoffentlich So, dann gehen wir mal das Labyrinth Würde ich sagen Für eines der Dinge Alle Raumkämpfe abschließen Arberläste, was immer Arberläste ist So Zwölf davon Einmal das Heilung Das Unten Gut Ah, ich sollte mit dem Fackel anstablen So, acht Fackeln noch Auf Los geht's Oh, im Labyrinth gibt's jede Menge Gift Ohne Pestdoktor jetzt Im Giftlabyrinth War vielleicht nicht meine schlauste Idee Muss ich jetzt mal sagen Ja, und jetzt ist irgendwie der Bildschirm Schwarz Ah, abgestürzt Nice Nice, danke Dann starten wir halt mal neu Allerdings weiß ich nicht, warum es abgestürzt ist So richtig Was irgendwie nicht so cool ist Preparing to launch Darkest Dungeon Braucht auch ewig lange gerade Geht ja gerade gar nichts mehr Ihr seht gerade nichts, das tut mir leid Aber ja, Steam versucht gerade neu zu starten Oh, jetzt Könnte dann hoffentlich auch bald wieder ein Bild kommen Ja, sehr schön Ja, ohne Intro heute mal Nur sehen, ob es alles gespeichert hat, was ich gemacht habe Kampagne Auf geht's Ah, ich lad direkt wieder ins Labyrinth Das ist ja schon mal gut Wir hoffen, dass es jetzt nicht wieder abstürzt Und ich nicht in mein Savegame gerade geschrottet habe Ne, habe ich nicht 100% alle Raumkämpfe abschließen Dann versuche ich mal, um die Falle drumherum zu laufen, würde ich sagen, oder? Falle 50 Falle 50 Zwei Leute mit Falle 50% Die Geister befehlen mir, es zu tun Ernsthaft Blöder Trottel Scheiß Hundemeister So Und wenn wir uns zu fuckern sind, sind viel sinnvoller Meins Warum immer die, dass das X statt hat Egal So, um überall durchschnetzeln Mach das Ehrlich zu beiden Stellen eine Falle Ah, geil So Buckles zünden Jetzt die Falle hoffentlich sehe Entschärft Perfekt Sehr gut Weiter geht's Gut, 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 gut Meine Erbstücke Meine Erbstücke Das ist meine Ich glaube, das treffe ich auch andere Gegner jetzt Jupp, ich treffe aber an den Regner Alter, dieser Arzt Da ist einfach nur Pervers Geil Würde ich sagen Ja, den kann ich nicht bleiben Den kann ich nicht bleiben Ich würde nicht sprechen, ob den hier vorne bleiben sollen Verheerender Pfiff Hetzt ja Also Warte mal angreifen Und hoffen sie es ein paar Bluten Alle bluten Perfekt Perfekt Ich glaube, ich habe mir das 15 Bluten 100% Bluten ja schon Trommeln der Entfäftigung Kritisch Hier ist den Ausweis Drei Runden lang Jetzt gehen die wieder alle auf Guppy Ich verstehe es nicht Der kriegt immer alles ab So, was kann der hier eigentlich Präzision Nahkampf Fernkampf Kampfgebrüll Okay Präzision Schadenmodifikate Minus Ausweich Minus Geschicklichkeit Plus Präzision Plus Ausweich Plus Geschicklichkeit Erstmal alle Anbrüllen Hier Und Schwächen Schick des Schlachters Aua Hört auf Töten Jetzt hat es Quatsch Verheerender Pfiff Gehen Ja, der markiert ist hier Drei Runden lang Minus Au Au Und ordentlich Stress drauf Heilen auf jeden Fall Und sich heilen Kugel und Kette Das ist heute die vor Oder was Ne Weil die Die betäuben Der Arsch Bamm Lass mal zuhauen hier Brechen Das kotzt sie wirklich an Ekelhaft Oh oh Sie ist fast gar Von der Stress Das wird scheiße Von der Stress Ein Schaden Runde Eine Runde Zwei Punkte Für drei Runden Wenn ich die zum Bluten kriege Jawohl So und Hundebiss Okay Press diese Advantage Das sind glaube ich die Die meisten Schaden Manchmal tot Das sind nur Stress Schaden Wie Schwein Oh oh Sorry Gezeichen Schwächung Okay Heilung Fernkampf Klappte Schlecht Ah Das Leute Das sind ja noch Geblutet Sehr gut Das auch noch kaputt Dann kommt der ran Ihr Jungs Und der ist dann wieder Auf Halbwegs Von dem Leben Und der kam verfehlt Ich bin zufrieden Ich habe Stress Von ihr Das wäre echt Bisschen übel Kontinuiert Anslot Destroy Them All Ich habe doch Kampf gewonnen Also wahrscheinlich Während die Kadaver Das finde ich geil Bezeichnet Schwächung So Mach mal Stress Reaktion Ein bisschen Wollen wir nicht Nur auf den Die vor ihm Sind Oh Danke Saktor Für den Für den Follow Du darfst mir gerne Einen Tipp geben Ob ich den befolge Das ist eine andere Geschichte Irgendwie dachte ich Das Bitte mehr Leute Verwischen Bis jetzt bin ich mir Durchschnitts Ne Der muss nicht Auf Posi Komm Muss nicht Auf Posi 3 Das liegt daran Welche Skills Du hast Ich habe ja nur Skills Trin Die auf Posi 2 Und Feier davon Gewirkt werden können Von ihm Nice Ein Moment Kannst du jetzt zeigen Ähm Okay den kannst du Schuhe Drei Stufe 3 Ja okay Ich könnte nur Stufe 3 Man den Ja okay Ich könnte nur eins Weiterhin Schieben Dann habe ich nur Einen Skill Der als Notfall Skill ist Da hast du recht Aber Macht das Unterschied Auf den Dann passt das nicht Mehr mit dem Zusammen Dann kann ich nämlich Die Skills Nicht mehr benutzen Ne Er hat keine Streusel Bei mir dabei Hab ich gerade Rausgenommen Weil ich mir dachte Wäre vielleicht Ganz Ganz cool So wir nehmen mal Die Heilqualität dazu Alle Gefahren Wenn ich die im Essen Bauern Jetzt habe ich schön Viel Fressen gekriegt Also den Streusel Hab ich gerade Rausgenommen Weil ich mir dachte Ich nehme mal Als Nahkampf Durch Aber entscheidend Macht das nicht So viel Sinn Wie das so Sieht So Raumkämpfe Da muss ich in den Raum Gar nicht rein Weil dann habe ich ja schon Erkundet Mit die Entfernung Dass das nicht Da drin ist Au Mal Licht noch anmachen Ich habe nicht gesehen Was sie gesagt haben Oh Halt Da Fackel Hm Auch nichts Können sie maximal Noch zwei Kämpfe sein Auflaufen 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 cuer Pär Nacht ichke Ich sage Mag Coke Ich sage